Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt. Drum kam ich heut mit Punsch und Kuchen unsere Sweet Lady zu besuchen. Doch selbst die Scheiben zu polieren, lässt mich an den Fingern frieren. Wer heute fliegt, ist wohl von Sinnen, ich pack schnell Zaum und geh nach drinnen. Dort wärme ich den schon kalten Punsch und feil an meinem Weihnachtswunsch. An Fried, an Gesund und auch an Reim sollen stets unsere Begleiter sein. Drum passt's gut auf, ihr Himmelsstürmer, eine gute Landung, jetzt und immer.